Mit Hey, bist du Chloe? Chloe ist nur verletzt, also man kann sich ja echt gut reinfühlen, beziehungsweise was in ihr vorgeht, ne? Mhm. Der hat ja noch einen größeren, äh, viereckigen Schädel als im Vorgänger. Und jetzt? Ja, ihr Vater kann niemanden ersetzen. Man muss sich bei sowas halt nur die Gedanken machen, was tut der Mutter gut, ne? Ja. Ein Reifen. Warum sollte man auch mehr als ein Reifen in der Garage stehen haben? Wäre total sinnlos. Was hat die auf der Hand übrigens geschrieben? Ob ich wirklich die Option gleich kriege, ihm damit ins Gesicht zu schlagen? Sie lässt auf jeden Fall kein gutes Wort an ihm. Was ist mit seinem Kopf los? Das kann ich mir nicht ansehen. Oh man. Mit einem Sandstrahler. Hat er gerade den Werkzeugkasten meines Vaters ausgelacht? Oh man. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab verloren. Oh, komm, komm, komm. Ja, nem das. BAM. Tja, doof wenn man nur weiß, dass er gar nicht so böse ist. Und auch gar kein Arschloch. Ich hab ihm trotzdem gezeigt, was Sache ist. Country music. Dad loved this song. I just called to tell you that I miss you, my little friend. What a beautiful day. I know what a spark plug does, jerkwad. This, this isn't right. Oh mein Gott, sie hat einen Traum, wo es vermischt ist. Oh nein, das ist der Unfall. Oh nein, das ist der Unfall. So ist er ja früher gestorben. Sie war aber damals selbst nicht dabei. Die hat jetzt halt nur eine Vision von seinem Unfall. Die wundervollste Schule der Welt. Oder sollte man lieber Akademie sagen? Oh nein, das ist der Unfall. Oh, hey Elliot. Wait, what happened to your face? Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Guess it's true then. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. Who exactly is talking shit about me? You know, haters. Not on social media. Great. I wish I could tell everyone to just get a life. So, how about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's going to be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? I try to make it a role not to go to school anymore than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. Alright. See you in camp. Yeah, for sure. Hm, wir hier ist doch nicht lesbisch. Vielleicht ist Chloe auch einfach bi. Gotta track down Steph to pick up my DVD. I've still got time before class. Ach, das hab ich auf der Hand stehen. Mein Gott, warum sieht meine Hand so komisch aus? DVD von Steph holen. Guck mal, sogar in der richtigen Sprache. Meh. Well, at least not for now. Science Fiction Film Club. Ist dir das Genie neu? Wir stellen dir die Klassiker vor. Hast du einen Filmverschlag? Sprich mit Varan und Broke. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Hm, hm, hm. Maybe this play won't suck. Maybe. Oh, Steph schreibt mir. Hey, bin bei den Picknick-Tischen mit Mickey. Okay, danke. Bin auf dem Weg. Skip Matthews. Blackwell's finest. Hey, Skip. Der führere Sicherheitsmann. Stoppt any gang wars lately? Von der Schule. Puh. Looks like you did, though. Huh? Ah. Right. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicapped parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night, caught firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw a firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. What? Like, good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. Pissheads. Dan, das Intro kommt mir immer ziemlich bekannt vor. Bis gerade war gut. Obwohl, doch. Mein Gott, sie versucht, ganz stark konzentriert, interessiert auszusehen. Und er versucht, genau rauszufinden, wie gut sie die Musik findet. Man sollte immer einen Sicherheitsmann auf seiner Seite haben. Moment, wir hatten auch noch eine Sprachoption, oder nicht? Du bist zurück? Unglaublich. Ja, ich wollte mit dir über Justins Mutter noch reden. So, ihr spendt ihr viel Zeit mit Justin's Mom? Haha, nein. Aber wenn duhst Justin, sagst ihn, ich kann nur ignorieren, dass das Blut von Weedsmoke für so lange. Sagst ihn dir selbst, Skip. Das ist nicht mein Problem. Ich versuche, dass ihm ein favorit ist. Es geht um, dass du Menschen ein favoritest. Ja, ich glaube, ich bin mit Justin gestern. Ich bin mit Justin gestern. Ich glaube, ich habe ihn mit Justin gestern. Ich glaube, ich habe ihn lacht auf mich. Uh-huh. Glad zu sehen, all die High Risks stecken zusammen. High Risks? Oh, shit. Sorry. Forget I called you that. Huh. High Risks. Ich glaube, du kannst lernen useful Dinge in der Schule. Hm. Ich habe zu gehen. Ich sage später, Skip. Sure, Chloe. Ich versuch's. Ansonsten prügele ich mich einfach. Wenn ich Bäume sehe, denke ich immer an Holz. Und dass Holz brennen kann. Und dass man ein geiles Verlagerfeuer machen kann im Sommer. Ich will, ich will auf die Bühne und diese Kiste berühren. Sie ist das Bo. Hm. Weirdly. Das macht mich interessiert, wenn man auf dem Stadion gehen kann. Ich glaube, das hier vorne... Ach ja, das ist die Lehrerin. Die wegen diesen Sicherheitskameras im anderen, äh, im Life is Strange. Ich nehme mein DVD von Steph. Ich hoffe, sie ist nerding it up mit Mykies. Miss Grant. The least lame teacher at Blackwell. Morning, Miss Grant. Unterwegs ist. Chloe, are you alright? Yeah, I'm fine. Hm. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescott's have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Maybe in another six months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. Hm, hm, hm. Ha, ich bin einfach auf die Bühne gegangen. Und ich setze mich einfach auf die Kiste. I should probably be getting to class, but I just don't care. Ja, warum was lernen, wenn man auf diese wundervolle, handgearbeitete Holzkiste sitzen kann? Kimnet says it did, but I still can't believe it. Rachel Amber. The drama star, honor student, popular princess of Blackwell. Swoops in like a Batman to save my ass and thrash to firewalk? Either that was a dream, or real life just got a shit ton crazier. Du sollst da nicht sitzen. Hm. 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 You know Blackwell has a zero-tolerance policy. Uh-uh. How does that sound? Wells really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah. So you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Sir, my well of witticisms runs so deep, that you would get trapped at the bottom and never make it out alive. Jokes? In my experience, that's how the guilty cover up their infractions. How did you become principal without learning the constitution? Yeah! The Fourth Amendment, a legal search and seizure. We are a private institution, and policy allows me to search all students on the premises. Is it also policy to label certain students high risk and then single them out for special intimidation tactics? How do you know about that designation? Perhaps the better question you should be asking yourself is, what else do I know? I'm sure we, uh, do not need to make so public an issue of your behavior today. But make no mistake, Miss Price, this is not over. Boah, ich bin so gut. I love Cliffhangers. Funny, just a couple years ago, something like that would have scared the crap out of me. These days, I'm at, like, the collegiate level of not giving any fucks. Beziehungsweise, äh, zum Glück habe ich vorher mit diesem Sicherheitsmann gesprochen. Oh my God, da vorne sind Menschen, die nur in 2D existieren. Und da hinten auf dem Football-Feld sind Strichmännchen. Strichmännchen. Und das Auto hatte auch schon mal bessere Tage. What the fuck is that supposed to mean? Sag nein zu Drohungen. Ein Sieg auf Drohungen ist kein Sieg. Es ist eine Abkürzung in die Tiefen des Versagens. Kannst du zum Sieg schwimmen? Guck mal, eine Ecke. No smoking. On tampo. Moment, die Zigarette war schon an, als ich die aus der Tasche geholt habe. Mein Gott, die Raucherecke, die ist ja komplett leer. Ja. Unsere Raucherecke war immer so voll. Aber wie gesagt, die Raucherecke bei uns war, äh, 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 Graffiti-Ort. War immer so voll. Da haben sich dann die Schüler alle reingezwängt. Wie bekloppt. Na hoffentlich. Ist Steph die nerdigste oder die coolste Person? Gab's die auch bei Life is Strange? Weil soll ich jetzt wirklich mal zu den, äh... Aber Brandschutz ist wichtig. Wenn so ein Wald brennt, sieht's schlimm aus. Aber hey. To each their own. Passt nicht die wichtigste... Mahlzeit des Tages. Ja, Unterricht gleich. Wir gehen jetzt erstmal zu den Bänken. Alles ist ein Asshole. Victoria, das ist doch, äh, die zickige Tuse. Oh, Victoria! Oh, Victoria! Ja, ich bin nur teessing. Leute haben mich sehr ernst genommen, seitdem ich die Beacons Young Artist Award für meine Fotografie gewonnen. Du sagst nicht. Between das und das Vortex Club, es ist schwer zu lassen, die Leute von mir auf einem Pedestal oder was. Aber du wissen alle über das. Was mit Rachel Amber. Am ich richtig? Wow, die Young Artist Award. Oh, das ist nicht ein großes Problem oder was. Wie, 100 Leute haben die Arbeit und meine Fotografie gewonnen. Congrats, ich glaube. Also, die Beacons mich auf der Front Seite der Lifestyle section. Wer weiß. Wait. Was für Rachel Amber? Rachel posted eine Slammung selfie von ihr zwei zu haben, die Zeit der ihr Leben. Du sagst. Es war eine ziemlich normale Nacht für uns. Ein bisschen Musik, ein bisschen Dänzen. Wir murdered einen Mann. Du bist so lustig. Oh, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass du und Rachel waren so BFFs. Wir sind wirklich nicht. Also, was sie ist? Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Was ist sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum du mit mir über Rachel bist. Oh, jeder hat sie lieb. Little Miss Perfect. Also, du bist so lustig von Rachel Amber. Das ist was passiert jetzt. Gotcha. Oh Gott, ich habe nicht Zeit für das. Ich habe nicht die Chemiee gemacht. Und du bist... Du bist du bist? Oh. Hm, hm. Hm, hm. Ich bin ein Biest. Ich bin an sich schlimmer als sie. Sie ist einfach nur überheblich. Ich bin ein Biest. Sie können dir ein Geld geben, Max. Hey, Chloe. Hey, Samantha. Was hast du geschrieben? Wer Angst von Virginia Woolf? Ich habe das letzte Jahr in der Englisch-Englisch-Klasse. Ich glaube nicht, dass du das Werk gemacht hast. Normalerweise nicht. Aber die Spiele war eigentlich gut. Was hast du davon gefallen? Was hast du davon gefallen? Die Geschichte ist um, wie die Beziehung nur funktioniert, wenn die Leute leiden uns zu schiefen. Ich bin nicht sicher, ob du schiefst. Entschuldigung, manchmal bin ich ein bisschen schlau. Ich bin ein bisschen schlau, manchmal, also ist es cool. Leute sagen immer das. Aber ich denke, dass du eigentlich... Entschuldigung, Chloe. Niemand sagt so etwas. Ich weiß nicht, was ich eigentlich darüber spreche. Ich glaube. Die ist aber ganz schön zurückhalten. Sie denkt wahrscheinlich, dass ich nur verletzt bin. Ich bin wirklich nichts. Ich bin einfach eine gebrochene Persönlichkeit. Oh mein Gott, er hat Pflaumen im Gesicht. Ich bin einfach nicht so. Ich bin einfach ein bisschen schlau. Ich habe eine große Party in der Olde Milch nach Norden. Das ist ein Diy-Di-Wie-Ger. Das ist ein Diy-Di-Wie-Ger. Ich bin nicht schlau. Ich dachte, das Ort war, was, wie, Math Central. Mein Freund, mit einer Hügel-Ger, da war. Whatever. It was cool, okay? You wouldn't understand. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. Na super. Hat ja viel geholfen. Obwohl 3+. Wenn du vorher überhaupt nichts konntest, ist das ja schon eine Meisterleistung. Dude, you need to freshen like a mofo. Are you saying I smell like weed? That's exactly what I'm saying. Word. Well, good looking out, Price. Want a hit? Like, right here? Thanks. Der würde ich mal zuerst machen sollen, bevor ich mit dem Sicherheitstypen rede. Ah, Evan. Amazing photographer. Chloe, I'd like to talk to you about Wildfire Awareness and Prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Äh, ja. Wildbrände werden sogar... Ich weiß ja, ob die Prozentszahl wird noch höher sein. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pinecones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knobcone again. No. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Äh, ja, komm. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? Oh mein Gott, ich könnte auch noch falsch unterschreiben. Happy to support such an important cause. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Grasgeruch Dr. Bear. Thanks so much for signing my petition. Smokeweed, D. Bear? Only you can prevent ganja fires. Oh, wenn du es vorliest, ist es wichtiger. Oh, wenn du das vorliest, ist es wichtiger. Bis zum nächsten Mal.